So Leute, Hallihallo Wir werden da jetzt gleich einmal zu Julia wechseln wieder Zu Julia Wo wir am Park stehen Jetzt entfernen wir den Kofferlein Hört einmal Da kriegen wir Zu meiner neue Orte Hauptsache da Family Morrison werden wir jetzt gleich mal fahren Familie Morris werden wir gleich fahren Ja, da werden wir zu Familie Morris fahren Hallo Professor Wincox, Charles Wincox, oder? Wohnen Sie in der Nähe? Nein, ich besuche einen Freund Ich gehe jetzt und lese alle Kapitel, die Sie uns aufgetragen haben Das hört sich etwas nach einer Beschwerde an, aber gut, dass Sie studieren Meine Tests sind berüchtigt für Ihre Härte Danke für die Warnung Bis später Einen schönen Tag Okay Okay, da kommen wir rein Ziehen wir gleich da rein Anne, die jüngere Tochter der Familie Morris öffnete die Tür Ihre Mutter Claire führte mich in das Wohnzimmer und stellte mich ihrem Mann Jeremy vor Sie hatten alle schon von Delilah Howard's Tod gehört Die ältere Tochter Marian war sichtlich mitgenommen Naja, das Fragespiel geht weiter Ehe ganz klar Kannten Sie Delilah Howard gut Unsere Tochter Marian und sie waren seit einiger Zeit befreundet Ist Ihre Tochter Marian zu Hause? Natürlich Anne, rufst du bitte deine Schwester? Okay, Mom Anne und Marian sind völlig verschieden Anne lernt immer zu lassen, hat gute Noten und macht mir nie Sorgen Marian verbringt ihre Zeit mit ihren Freundinnen und hat keine Lust aufs College zu gehen Verstehen Sie mich nicht falsch? Sie hat nie Ärger gemacht Wir sorgen uns nur um sie Sie sind beide gute Mädchen Also diese Schauspieler können wir alle Haben Sie in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches bemerkt? Nein, nichts Anne verbringt ihre gesamte Zeit beim Lernen mit Charles Charles Wincox Ein wohlerzogener junger Mann Marian hat vor kurzem angefangen im Supermarkt zu arbeiten Ah, da bist du ja Marian Hallo Anne, haben Sie viel mit ihrer Schwester und Delilah unternommen? Nein, ich gehöre nicht zu ihrem Freundeskreis Sind Sie oft mit Delilah ausgegangen? Sie hatte was mit einem verheirateten älteren Typen In letzter Zeit also nicht mehr so viel Delilah hat ihre Beziehung zu Jason Green nicht verheimlicht Nicht schlecht Marian, können Sie mir etwas über den Halloween Abend sagen? Ich war nicht in der Stadt, aber ich weiß, dass alle zu Susan Woodrick gehen wollten Marion hat Susan erwähnt Das zweite in Delilahs Tagebuch beschriebene Mädchen Danke, das war im Moment schon alles Wenn wir noch irgendwie helfen können, sagen Sie es uns bitte Die Familie Morris wirkte wie eine glückliche Familie Ich konnte die Spannung zwischen den beiden Schwestern spüren, die das genaue Gegenteil voneinander waren Der Kontrast erinnerte mich an mich und meine Schwester, bei uns war es ähnlich Ich musste mich fragen, ob mir Marian alles gesagt hatte Nicht schlecht, das Ganze Nicht schlecht Ja, fangen wir weiter Mit der Familie Woodrick Mit der Familie Woodrick Ja Maja, die Familie Woodrick Tiere Das ist Duckerle Lautsprecher Briefkas Lautsprecher. Das Lautsprechersystem des Gebäudes. Lautsprecher. Was haben wir hier? Briefkasten. Der Briefkasten der Woodricks ist auch hier. Ich bin hier, um zu reden, nicht um die Post zu stehlen. Okay. Fahr den Ocken. Fahr den Ocken. Ach so, das wird der Ocken. Ich werde niemanden finden. Ich hätte Webb sagen sollen, dass ich mit Leo arbeite, aber das hätte ihn wütend gemacht. Aha, wo die Woodricks? Hi, Emily. Was gibt es? Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich die Post bekommen habe und dass etwas Seltsames dabei war. Sie haben einen unfrankierten Brief erhalten, mit Delilah Hauerts Namen als Absender. Ich bin sofort da. Ich bin vermutlich nicht hier, wenn Sie kommen. Ich habe viele Besorgungen zu erledigen. Kein Problem. Danke, dass Sie mich informiert haben. Die Woodberg ist jetzt fertig und stattfindet, der Kirche mit dem So, komm rein. Bitte geh nicht zu langmarschig. Das heißt... Umschlag. Der Umschlag, den Emily gekauft hat. Warum sollte mir Delilah Howard vor ihrer Ermordung einen Brief schreiben? Der Brief trug keine Briefmarke und keine Stempel. Ich schickte ihn ins Labor. Er stammte entweder vom Mörder oder von einem Komplizen. In beiden Fällen waren die Umschläge per Hand zugestellt worden. Nichts. Ich weiß nicht, wie sie ist. Aber das ist alles schön. Ich bin nicht fertig. Ich bin fertig. Das heißt, was haben wir da jetzt alles Polizeiakte nochmal und da haben wir wieder einen neuen Straße freigeschalten, also man muss immer Vordatis anschauen. Ja, und wir fahren da wieder auf den neuen Ort, da Purple Street. Purple Street. Die Bramble Street war nicht gerade ein gutes Viertel, also fuhr Webb einmal um den Block, bevor er sich Brodicks Adresse näherte. Er hätte auf einen Haftbefehl für Brodick warten können, aber er wollte ihn auf frischer Tat ertappen. An den Straßenecken waren einige Agenten postiert, um Brodicks oder besser Old Bits mögliche Fluchtwege zu blockieren. Es war wichtig, unauffällig zu sein, denn wenn Brodick diese Männer gesehen hätte, wäre er geflohen. Ein benutztes Handtuch, wahrscheinlich von einem Basketballspieler. Benutzt und schmutzig, aber perfekt für einen Trick, den ich an der Akademie gelernt habe. So. So weit sollte man jetzt nicht gehen, weil der Kerl sieht uns so oder so. Das ist eigentlich der Brodick. Das Tor ist abgeschlossen. Krude, aber er muss funktionieren. Wir müssen nämlich zum Brodick kommen, ohne dass er uns sieht. So. 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 Er wird beimßen. Der erste ist da, mit dem Tor. Der Schalldämpfer. Nicht schlecht, oder? Vielleicht müssen wir mal gucken. Das heißt aber jetzt, das ist natürlich scheiße. Das heißt, die Hände möchte ich da ausmachen. Bleib weg von hier! Ja, das meinte ich. Er darf uns erzählen. Da eine Typ, da eine. Der eine Typ, da darf uns erzählen. Das Problem, unter der ganzen Sache... Ein tolles Versteck für Drogen und Waffen. Das ist ein Briefkasten. Das heißt... Der da ist nämlich vom Prodexmann. Ich muss aufpassen, dass mich niemand sieht. Das ist nämlich der Prodexmann. Momentan stehen wir da noch vor die Doofen. Ja. Das heißt also... Irgendwie müssen wir da... Abfall einmal. Was habt ihr gesehen? Mit Lieferwagen mitrennen. Zum Abfluss. Einmal. Sieht uns kein Mensch. Da kraxeln wir da drüber. Ja. Es wird schwer zu gehen, ohne gesehen zu werden. Ich sehe den Telefonverteilerkasten. Also da war eine Lieferwagen. Ich muss denken noch vor der Doofen. Vorn beim Prüfkasten. Und dann kommt da so eine Lieferwagen. Mit dem wir das Bleach schnell mitrennen. Mülltonne. Um ihrem Zaun. Und das hat es da. Das ist nicht einfach. Also... Kieselstein. Ein einfacher Kiesel. Kieselstein. Das heißt... Was ist da? Wo? Eine Telefonzelle. Ausgezeichnet. Der perfekte Ort für eine Wanze. Ha. Ha. Die Wanze wird am Haus. Aber die Wanze eigentlich. Wanze. Brodicks Telefon ist jetzt verwandt. Na gut. Da, ich hab da... Äh. Also hier müsste... Komischerweise die Tele... Ausgezeichnet. Der perfekte Ort für eine Wanze. Die Telefonwarnsitur anbringen. Wir spielen auch Scheles grüßen. Ein Abfalleimer. Ein Abfalleimer. Ein Abfalleimer. Ein Abfalleimer. Ja, das ich auch. Kieselstein. Der Trax war ja wieder drüber. Der Leidigt. Der Fall. Jetzt muss ich so schnell wie möglich weg, ohne dass mich jemand sieht. Ich warte bis morgen, um Brodick aufzuhören. Ja. Ja. Jetzt einmal wieder John Goodman. Tja. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Eigentlich. Mit dem John Goodman. Dann mal da rausgehen. Das ist jetzt nicht her. Ja, wurscht machen wir jetzt längere Videos. Wurscht, egal. Wurscht machen wir jetzt längere Videos. Weil sonst hat das ja da so keinen Sinn nicht. Wir sind etwa da her. Da müssen wir... Das ist... Zu dem Typ müssen wir da zum Zeit... Zum Tät. Ja, es ist ein bisschen ein Hin und Her da. Das ist das Einzige. Wie kommen Sie mit der Obduktion voran? Ich liege hinter dem Zeitplan. Meine Assistenten arbeiten an anderen Fällen. Wenn Sie diese Akten archivieren könnten, würden Sie mir einen großen Gefallen tun. Ja, nicht schon wieder. Ja, ich will nicht. Hat der Typ wirklich nur lauter... Scheiße. Von... Was müssen wir da jetzt für die Datei neu ordnen? Diese Funktion dient dazu, die 10 Fälle einzeln nach Farbe und Aktivierungsmethodozache werden. Nein, ich will nicht. Das ist... Ich muss sowieso aufskill. Für keine Jungs. Okay. Ciao. Ciao, die Leute. Bis morgen. Ciao.